Costa Cordalis, der Grieche aus Oberkirch. Costa, wie lange lebst du jetzt in Deutschland? Ich lebe seit 13 Jahren schon hier. Und zu Hause sprecht ihr Deutsch oder Griechisch? Ich spreche mit meiner Familie nur Deutsch. Bist du mit einer Deutschen verheiratet? Ja. Und wie seid ihr überhaupt hier aus Griechenland hierher gekommen, in das schreckliche Wetter? Ich bin mit dem Zug zweiter Klasse hierher gekommen. Nein, aber sind die Eltern ausgewandert? Nein, mein Vater hat hier in Deutschland studiert. Er hat Elektroingenieur studiert und von seinem Erzählen habe ich dann Deutschland selber geliebt und diese Zuneigung zu Deutschland. Deswegen bin ich jetzt hier. Du musst doch, glaube ich, sehr froh sein, wenn du so zurückdenkst vor ein paar Jahren, als du nach Deutschland gekommen bist, als ein unbekannter Sänger. Jetzt machst du schon eigene Deutschland-Tournees, hast riesengroßen Erfolg, bist in allen Hitparaden vertreten. Kann ich dir nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Das sind sehr nette Gäste, die da zu uns gekommen sind. Und ich möchte mich auch beim deutschen Publikum bedanken. Danke schön. Das ist eine Frau. Ein Bein. Ein Wald. Das muss keine Frau sein. Zwei Beine. Aber Beine ist schon genug. Zwei Beine. Ein Elefant. Stiefel. Nein, nein. Stiefel. Ein Strümpfe. Ein Bein. Na, guck mal, was da drumherum ist. Hose. Nee. Eine Palme. Nein. Wir befinden uns zur Zeit, in der wunderschönen Zeit des Wintersports. Ein Schuh und Schneestiefel. Nein. Ein Mundboot. Nein. Schaut mal, es ist ja nur ein Bein so. Ein Gipsbein. Ein Gipsbein. Richtig. Bitte. Sein Gesicht. Nein. Naja, doch. Eine Raupe. Ein Tier. Ein Wuchs. Ja, welches Tier? Ein Ulf. Und ein Schwein. Wulf. Ja, ja, das Schwein ist schon gut. Glückschwein. Glückschwein. Komm mal. Kommt da noch eins? Ja, ja. Äh. Was ist das? Na, ein Mann ist nicht, ne? Ich sehe das gar nicht. Was ist das denn? Einen strengt eure Fantasie an, wenn ich sage, ein Mann ist es nicht. Das ist eine Frau. Schon eher. Ein Gauderoben-Ständer. Achso. Eine Frau. Tralala. Bikini. Es sind mehrere Frauen. Das sind zwei Frauen und hier ist Notenherr. Ja, ja. Notenherr. Ein Chor. Nein. Ein Duett. Nein. Ein Damenduet. Mehr. Mehr. Eine Fischerchor. Eine Damen. Eine Damen. Damenkur. Das Ganze immer. Damenpapelle. Richtig. Richtig. So, schon Schluss. Schon Schluss. Schon Schluss. Aber immerhin, 24 zu 9. Wenn ihr drüben Platz nehmt, könnt ihr sehen, wie es die anderen machen. Danke.